Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odin-Shoppen. Diesmal ist es, oh Jan, schnell. Ich habe mir einmal eine neue Badehose gekauft. Badehose nicht, Bermuda-Shorts. Wo ist denn hier vorne, wo ist denn hinten? Da. Für, was habe ich jetzt halt, 22 Euro noch was. Ich finde die Jan schick. In der Bewertung, da waren zwei Reviews und da stand, dass die ziemlich klein ausfällt und da hat sich einer eine 2XL bestellt und brauchte dann aber eine 4XL. Habe gleich eine 4XL bestellt. Ich habe jetzt momentan das Gefühl, ich habe schon Fotos an meine Freundin geschickt, dass die ein bisschen zu groß für mich ist, dass eine 3XL auch reicht. Die kommt aber erst nächste Woche wieder, kann sich das begutachten. Ich habe der Firma schon eine E-Mail geschickt, ob das möglich wäre, weil man hat ja nur eine bestimmte Zeit zum Umtauschen, ob das möglich wäre, dass wenn meine Frau, weil die nicht da ist, die soll sich das begutachten, ob die dann noch umtauschen würden. Weil ich würde die gleiche gerne wieder haben wollen und wenn meine Frau sagt halt eine Nummer kleiner, dann eine Nummer kleiner. Wenn sie sagt, die ist okay, dann ist die okay. Aber ich habe so das Gefühl, die ist vorne auch, sie ist richtig schön luftig, locker, lapprig. Ich habe das Gefühl einen Tick enger, würde auch gut kommen. So, dann haben wir das. Dann habe ich mir, also die habe ich bei Amazon gekauft und habe ich mir beim Lidl gerade eben, ich bin mit Auto hinten an so einem Poiler angeeckt, weil das Radarsystem den nicht angezeigt hat. Also diese Beep, 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 habe ich mir Fliegengitter gekauft. Mal wieder, das ist das dritte Fliegengitter, was ich jetzt habe für ein Balkontür. Ich hoffe, das hält jetzt mal was aus. Und zwar sind das so einzelne Bahnen mit so einem Plasteteil und das wird dann praktisch oben ran geklebt. Wo sieht man das da? Warte mal, wo sieht man das da? Da sieht man das, warte mal, wo ist das? Ja, hier sieht man, dass man das schneiden kann. Da sieht man, dass das dann ran geklebt wird und da und dann sieht man das, dass man das Überstöß hier abschneiden soll. Ich habe 2,16 Meter bei mir, Balkontür. Das wird über die Tür geklebt und soll man dann da auch abschneiden. Ja, lang ist es maximal 2,20 Meter. Also von 100 bis 2,20 Meter geht es wohl irgendwie, steht hier und wo war denn das? Mit den Größen hier. Ich habe hier irgendwo noch die, da hier unten, 100 Zentimeter breit und 120 Zentimeter hoch. Ja doch, da seht ihr das. Also viel muss ich da nicht wegschneiden und dann hoffe ich, dass ich diese Leiste, dass ich die über die Tür vernünftig ran geklebt kriege. Ich muss dann erstmal das vom alten Fliehengitter, diese Klebeding abmachen, sauber machen und ich habe da nämlich nicht viel Platz. Ich habe so viel Platz. Also praktisch, wenn das die Tür ist, so und dann habe ich hier so viel Platz und dann kommt hier ja schon der Schalessie-Kasten, weil der außen dran ist und da muss ich gucken, ob ich das vernünftig ran kriege und ob ich das hier auch vernünftig reingeklickt bekomme. Weil wenn nicht, ich muss erstmal gucken, wie breit das überhaupt ist, dann ist die nächste Möglichkeit, dass ich das von außen an den Schalessie-Kasten ran klebe und dann runter hängen lasse. Da muss ich aber dann noch die Höhe ausmessen. Die habe ich nämlich nicht im Kopf. Das werde ich dann mit meiner Frau zusammen machen, wenn die wieder da ist. Weil zwei Augen, vier Augen sehen mehr als zwei. Dann habe ich, ihr habt es ja vielleicht, wenn ihr meine Livestreams verfolgt oder, wenn ich mal zocke, mitgekriegt, mein Headset ist kaputt gewesen. Jetzt habe ich mir ein neues Triton geholt. Das war ein unschlagbarer Preis. Den habe ich bei Ebay gefunden. Leider nur in weiß und nicht in schwarz. Nagelneu, auch original noch verpackt. Hier seht ihr ja die Folie drum. Ich werde gleich ein Unboxing machen und werden mal gucken, was da drin ist, weil hier steht auch nur PS3 und Xbox 360, nicht mal PS4 dran. Mal gucken, ob hier der Kabel für den Controller mit dran ist oder nicht. Ja, Triton gibt es nicht mehr. Triton ist pleite. Es gibt auch kein Support mehr, dass man sich diese Kabel nachträgt. Ich habe ja öfter schon ein Video zu Triton gemacht, dass man den Controller, also den PS4-Controller mit dem Headset verbinden kann. Kann man nicht mehr nachordern. Es gibt Triton nicht mehr, da Madcats pleite gemacht hat. Die haben einen Konkurs angemeldet, läuft wohl nicht mehr so, obwohl die wirklich geile Sachen gemacht haben. Aber halt auch etwas teuer. Und das Plaster vom ProPlus ist jetzt nicht das beste Plaster. Das hat einen geilen Sound und alle drum und dran, aber das Plaster hier oben ist nicht das beste Plaster. Ich bleibe aber dabei erstmal, weil das momentan mir das bietet, was ich am besten nutzen kann. Durch diesen Kasten, diesen Decoder-Kasten, kann ich euch mal erklären. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wenn der eine oder andere das jetzt zusieht und sagt, Mensch, da habe ich einen Vorschlag für dich. Einfach mal unten in die Kommentare posten. Weil den Kasten, da habe ich, da, das ist der Kasten. Da habe ich das Headset ja dran, mit einem Kabel. Und da geht der optische Kabel ran. Also ein Tossling-Kabel. Ich habe von der Playstation bis hierher ein 5-Meter-Kabel, ein optischen, also ein Tossling-Kabel für Dolby 5.1-Sound. Kommt ein richtig guter Sound. Das Headset macht das auch richtig toll. Will ich gar nicht abstreiten. Und zusätzlich habe ich dann praktisch mein Kabel, der geht dann vom Headset, der geht da in diesen Kasten. Und an diesem Kabel kann ich praktisch die Boxen einstellen. Vorne, hinten, Bass, alles schön einstellen. Und da kann ich unten ein Kabel drin machen und den stecke ich in meinen Controller. Und kann dann praktisch in der Playstation sagen, ich möchte über diesen Ausgang nur den Chat haben. Das heißt, ich höre, über diesen Kabel kommt wirklich nur mein Mikrofon und wenn ich in einer Party bin. Und der Sound vom Spiegel kommt nicht über den Controller, weil das ist kein 5.1-Stand. Der kommt über den Tossling-Kabel und da habe ich einen schönen, geilen, satten Dolby 5.1-Sound. Wenn der eine oder andere von euch jetzt natürlich da draußen sagt, ey Odin, ich wüsste ein Headset für dich, was auch einen Tossling-Anschluss hat und den ich an den PS4-Controller für Chat machen kann, dann wäre ich euch da recht dankbar. Ich habe auch schon welche mit HDMI gesehen oder so, aber ich würde lieber mit Tossling bevorzugen und dass man den an den Controller anschließen kann. Ganz einfach deswegen, weil der Kasten, der steht hinter meinem Laptop. Und praktisch, ich sitze hier und zocke, hier ist der Kasten, da ist der Laptop. Also hier ist ja die PC-Ecke und da ist der Kabel vom Headset nicht weit, passt super. Und wenn ich das am PC nutzen wollen würde, wenn ich da mal einen Stream mache oder einen Hangout mache oder irgendwas aufnehme oder meine, ich brauche ja auch zwischendurch mal die Kopfhörer, wenn es hier ein bisschen lauter ist, wenn die kleine rumtobt oder, was weiß ich, wenn eine Frau sich in den Film guckt und ich gerade meine Aufnahmen bearbeite oder so, da setze ich mir auch das Headset auf und da brauche ich von dem Kasten nur USB am PC ranmachen und ich habe den PC-Sound auf dem Headset. Und deswegen, das ist so ein Allround, PS4 dran, PC dran, Controller von der PS4 dran für die Chat-Funktion, damit ihr im Stream auch meinen Mic hört, deswegen habe ich mir unbedingt dieses nochmal und bei dem Preis, ey, was habe ich bezahlt? 55 Euro habe ich bezahlt, 55 Euro für nagelneue Triton Pro Plus. Ja, das finde ich geil. Die wollten jetzt nochmal eins rausbringen, jetzt kommt Triton nochmal mit so einem 7.1 kamen sie noch. Das wird auch noch rauskommen, ich denke mal, das wird alle der Konkursverwalter machen. Leider kann man da nur sagen, Rest in Peace, also Ruhe in Frieden, Mad Cards, echt schade. Ihr habt echt geile Sachen gemacht, manche Sachen etwas teuer, aber halt wirklich geile Sachen gemacht. Die wollten ja auch eine lebenslange Garantie einrichten und das ging wohl mit dem deutschen Start nicht. Ich hatte damals mir mal durchgelesen, aber ich habe da angerufen und habe gesagt, ey, weil bei meinem anderen, meinem schwarzen war das Mikrofon kaputt, da ist das Plaste hier kaputt, von hier vorne, vom Mikrofon sagt, ey, das Plaste, habe ich Fotos gemacht, habe ich hingeschickt per E-Mail an den Support, ja, ist kein Problem, wir schicken sofort neue draus, bumm, drei Tage, nicht mal drei Tage später war das Mikrofon da. Und ich habe gesagt, wo die PS4 rauskam, sagt, ey Leute, ich würde gerne einen Controller, gibt es da was? Ja, da gibt es, haben wir ein Kabel, wir schicken dir den sofort zu. Ich brauchte nichts bezahlen, nichts. Kam mir, kam der Kabel nach Hause, ich konnte meinen Controller schön mit dem Headset verbinden. Erste Sahne. Dann, was war noch, dann hatte ich noch eh mal, was war noch kaputt? Ich glaube, ich hatte schon mal oben, was kaputt und dann haben sie mir auch komplett das Headset umgetauscht. Ohne, ohne Wenn und Aber, also das fand ich echt, also Kundenzufriedenheit war ich mit Triton. Also, erste Sahne, kann ich wirklich sagen, in der, ich habe, das schwarze habe ich jetzt, war es jetzt 2013 oder 2014, glaube ich. Und echt, wenn ich was hatte, der Support hat sofort gemeldet, wenn ich mir E-Mail hingeschrieben habe oder man hat den Support angerufen, dann wurde ein Support-Ticket gemacht, dann haben sie gesagt, was ich machen soll, habe die E-Mail da hingeschickt, mit den Bildern hingeschickt, mit meiner, allgemein, bei manchen Sachen haben sie gesagt, das läuft außerhalb der Garantie, schick uns das Mikrofonbild, da habe ich gesagt, soll ich euch das zuschicken? Nein, kannst du wegkauen, weil war ja nur Plaste, war ja nur noch der Stab und das Mikrofon und das Plastehäuse war alle komplett kaputt. Also wirklich, Kundenzufriedenheit, Madcards, erste Sahne. Und jetzt bin ich händeringend am Suchen nach was Neuem. Ja, das ist schon wieder ein Odinor Shop, viel zu lang. Oh, es tut mir leid. Aber ihr wisst ja, wenn ich immer am Quatschen bin. So, jetzt werden wir gleich mal ein Auspack-Video machen. Ein Hardware-Check werde ich nicht machen, weil ich habe so ein Headset plus ein Schwarz schon ewig im Einsatz und ich habe dazu ein Hardware-Check schon gemacht. Ich möchte halt nur gerne mit euch auspacken, um zu gucken, was da drin ist und dass mal wieder ein Unboxing kommt. Ja, da freuen sich auch einige, die haben schon viele gefragt, mach doch mal wieder ein Unboxing, bitte, bitte, bitte. Ja, jetzt habe ich die passende Gelegenheit und kann mal wieder ein Unboxing machen. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Oh Gott, Entschuldigung Leute. Ahoi, sagt euer Odin.